Da bin ich wieder. Wo sind wir? Rede mit Maria in Mutterkrone. Alles klar. Auf geht's. Tja, und ewig die Frage links oder rechts vorbei? Oder? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Drüber? Nö. Ja, das finde ich auch. Lieber jede Menge aufsammeln und gewappnet sein. Bei meinem Spielstil sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung. Hä? Komme ich darauf? Hopp. Oh, geht. Geht. Sehr gut. Was habe ich denn eigentlich für Waffen? Aha, ja. Das behalten wir bei. Und da liegt auch schon was, das wir ausweiten können. Wieso wird die Musik jetzt gerade so pruselig? Ich sehe später einen krankbraun. Ein Noradorf. Äh. Oben auf dem Berg. Wo? Sie sieht immer Dinge, die ich nicht sehe. Ein Noradorf. Oben auf dem Berg. Welcher Berg? Der Berg? Nein. Der Berg? Hä? Ich höre ein Schwein. Neue Maschine. Neue Maschine. Neue Maschine. Graser. Graser. Okay. Wächter. Äh. Gut. Gucken wir uns mal die Graser an. Graser, Graser. Hm. Etwas Vorrat. So. Wo seid ihr? Da. Graser. Gucken wir mal nach. Was weiß denn mein Notizbuch über diese? Ach, das ist der Wächter. Den haben wir schon abgemurkst. Die haben wir auch schon abgemurkst. So einen Graser habe ich doch auch schon abgemurkst. Was hast du hier bei der Erprobung? Klar. Lohrbehälter. Rotor. Behälter. Äh. Blätter. Okay. Was ist das? Plündereier. Den habe ich auch schon kennengelernt. Genau. Und der da ist der Säbelzahn, ne? Sägezahnt. Genau. Okay. Dann schießen wir jetzt mal hier auf die Lohr. Das ist doch ein Monat. Mal amtlich. Okay. Boah. Da hinten, da brennt einer. Das tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid. Ah. Ah. Der kommt nicht ernsthaft übers Wasser, oder? Kommen wir durchs Wasser? Kommt die durchs Wasser? Sie kommen durchs Wasser, oder? Nein, sie kommen nicht durchs Wasser. Wann? Nein, 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 nein! Ähm. Seht ihr noch was? Ich sehe gar nichts. Da. Radios. Und ihr? Traut euch nicht durchs Wasser? Wusst ich's doch. Ist doch irgendwie ein bisschen lustig. Komm da. Okay. Wenn ihr nicht kommt, mache ich euch platt. Oder nicht. Eins. Zwei. So. Ruhe jetzt. Da kreucht noch irgendwas. Ach, das ist so ein Plünderrand. Ah, aufregend. So. Den nehmen wir erst mal mit. Was? Wo? Es ist wirklich Schlag auf Schlag. Da. Was ist das? Ah. Ich ahne, was das ist. Das gucken wir uns gleich an. Wo kommt das her? Langhals. Ganz genau. Das habe ich mir schon gedacht. Aber jetzt holen wir uns erst mal unsere Beute. Bevor dieser Plünderradar ihn komplett aufgegessen hat. Bevor, was? Wo? Wie? Drücke. Links. Drei. Um schneller. Uah. Ich bin aber auch ein Idiot. Irgendwie. Hab ich hier gebrennt. Stürb. Stürb. Geh weg. Stürb. Nein, nicht ich. Du. So. Okay. Ich komme überhaupt nicht dazu, meine Gesundheit mal zu verbessern hier. Wieso? Kann ich das nicht mitnehmen? Doch. Ich war nur zu schnell. Die scannen doch gerade schon wieder nach mir. Blau. Ich habe was Blaues bekommen. Das gucke ich mir auch gleich an. Und das Gegrunze hier. Das sind gar keine Wildschweine. Das sind diese Gras. Aber. Ach, und da steht mein Halb kaputt da. Den machen wir jetzt mal ganz kaputt. Ich kann den hier nicht so rumhumpeln lassen irgendwie. Bin ich dafür zu tierlieb. Und maschinenlieb. Was auch immer. Das ist so ein Plünderer, ne? Warte ich jetzt ab, oder? Da sieht so ein bisschen maximal alarmiert aus. Ich gehe da mal hin. Mal gucken, was passiert. Uhu. Das ist mein Graser. Hau ab. Den beute ich aus. Und sonst niemand. Geh weg. Nein, 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 nein. Was hast du jetzt davon? So. Kriegstrupp? Angriff? Wo? Ich komme zu gar nichts hier. Ich wollte eigentlich nur ganz friedlich meine Sachen einsammeln. So. Was meint sie? Was für ein Kriegstrupp? Was für eine Verwüstung. Was ist das? Alte Trümmer. Ich gucke mich hier nochmal ganz genau um. Auweia. Was ist denn hier los? Wir konnten einen Verderber erledigen. Alter Lachs. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wieso bin ich denn immer noch nicht ganz gesund? Mann. Ich bin aber auch einfach zu unvorsichtig. Spur der Kriegsherren. Aktualisierte Hauptquest. Okay. Soll ich die jetzt aktualisieren? Oder hat er die jetzt aktualisiert? Ach guck mal. Hier das da. Das ist für Stufe 12. Da bin ich doch noch lange nicht. Wir machen jetzt das da. Das sieht eher so aus, als könnte ich das. Ich bin erst Stufe 8. Okay. Hier sieht es übel aus. Und überall Spuren. Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Hat hier gerade was geknurrt? Ich frag nur. Vielleicht hat die Kriegsherren etwas hinterlassen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Okay. Die Mörder haben den Verderber benutzt, um was? Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinunter geschickt. Essensreste. Hier haben die Mörder gegessen, bevor sie ihre Falle zuschnappen ließen. Rede mit dem Überlebenden. Wer hat für ein Überlebender? Da. Da. Hallo. Hallo. Der Hinterhalt. Der Hinterhalt. Wo ist Sona? Wo ist Sona? Wo ist Sona? Ich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und wahre Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Was sie brauchen. So allein. Begib dich zu Sonas letztem bekannten Aufenthaltsort. Das ist unsere Quest. Dann machen wir das doch, oder? Gibt's hier noch irgendwas zu sehen? Was ist das? Das ist wieder so ein Läuferchen. Okay. Geht's los. Okay. Hier lang, oder? Nee. Noch ein Signal? Was? Noch ein Signal? Wo? Noch ein Signal? Hat sie doch gerade gesagt, oder? Bin ich bekloppt? Was ist denn das? Ach, das hatte ich eben schon gesehen. Völlig vergessen. Schnell mal hin. Alte Trümmer. Okay, ich weiß nicht, was wir da gerade eingesammelt haben, aber wir müssen hier ganz schnell wieder weg. Erhalten. Alte Skulptur. Altes Klangspiel. Alter Kranz. Sehr schön. Sie hat doch gerade gesagt, dass sie noch ein Signal gesehen hat, oder gehört hat. Oder beides? Ich sehe keins. Nö. Nö. Gut. Tja, ignoriere ich das jetzt mal und laufe erst mal weiter. Teufelsdurst. Das sind also die Ruinen von Teufelsdurst. Schon wieder jede Menge Viecher. Natürlich. Warum denn nicht ein Siebelzahn? Ich gehe hier mal vielleicht nicht ganz so flott lang. Das ist schon schön, ne? Sehr, sehr cool. Was ist das? Ein Wächter. Aber der ist Matsch. Was ist das? Da brauche ich. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schnell weg. Schnell weeeeg. Okay. Nein. Jetzt. Hat mich jemand gesehen? Nein. Es ist so abgefahren durch diese Kopfhörer, wie die... Keine Zeit. Was ich sagen wollte, wie die... Die Geräusche, das ist so absurd. Ihr müsst euch unbedingt Kopfhörer aufsetzen. Das ist so krass. Also mir bebt hier wirklich jedes Geräusch einmal durchs gesamte System. Und das macht es natürlich noch irgendwie tausendmal spannender. Wenn man diese Monster schon von Weitem so hört oder spürt viel mehr. Hört ihr das? Da ist er. Miau. Ich bin gar nicht da. Das Signal muss ganz nah sein. Aber wo denn? Jetzt höre ich's. Krass. Aber ich sehe es nicht. Ich kann diese Maschine noch nicht überbrücken. Ich muss herausfinden, wie das geht. Überbrücken? Oh. 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 Wieso? Hat der ein Fragezeichen? Ich hab mich überhaupt nicht bewegt. Hä? Okay, ich bleib einfach hier und mach gar nix. Außer gucken. Ich guck mal auf die Karte. Vielleicht seh ich dann mehr. Hier nämlich. Das ist dieses Langhals. Das sie entdeckt hat. Ne, das ist Langhals. Achso, und das ist der Ort. Zu dem ich soll. Okay. Langhals. Hier. Dann mach ich jetzt mal den zuerst. Dann. Hab ich den erledigt? Okay. Ich geh mal hier so lang. Lagerfeuer. Lagerfeuer ist immer gut. Gut. Ach, guckt an. Ist der gigantisch. Wahnsinn. Wahnsinn. Da bin ich schon mal irgendwie raufgekommen. Bei meiner Schwester. Aber. Wie? Haben wir das gemacht? Ich muss auf irgendwas raufklettern. Auf irgendwas. Das. Das da vielleicht? Oder? Ne, das sieht gut aus. Wir versuchen es mal hier. Irgendwas, das hoch genug ist, dass ich da raufspringen kann. Und ich weiß, dass es irgendwie irgendwo hochging, aber Mal gucken. Ah, guck mal hier. Sehr gut. Mein Gedächtnis funktioniert. Hallo. Hinter dir. Tschüss. Also, das mit dem Pfeifen klappt tadellos. Bin ich jetzt schon hoch genug? Ne, ne? Ne. Wie geht's hier lang? Ach, guck an. Hier. Von hier her. Okay. Und wo ist er? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da ist er. Mein Gott, ist der schön. Das ist so toll. Also, irgendwas hat mich doch da entdeckt, oder? Gleich mehrfach sogar. Ich versuche mich klein zu machen und das zu ignorieren. Und da leuchtet auch noch irgendwas. Alte Trümmer. Ach, die hätte ich schon gerne. Okay, aber jetzt heißt es erst mal springen. Okay, wohin springen? Dahin springen. Ich springe einfach mal hin. Nein, nein, nein. Okay, jetzt habe ich maximal alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und jetzt muss ich wieder eine ganze Runde warten. Ist doch... Für ein Popo ist das doch. Wie springe ich denn nochmal? X? Ist doch nicht so schwer, Mann. Ja, gut. Zeit, mir die Trümmer anzugucken. Alte Trümmer. Ah, haben wir hier noch irgendwas Spannendes? Was? Der hat doch was gescannt. Was hat er gescannt? Das hast du genau gesehen. Wächter. Okay, der scheint auch irgendwas zu liegen. Da ist mein Feuer. Ich kann nur hoffen, dass der Langhals nicht so lange braucht. Da kommt er schon. Und... Da sind wir wieder. Genau, okay. Es ist so leicht, die Orientierung zu verlieren. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich habe Tiere, Schwierigkeiten, hier immer mit der Kamera die Orientierung zu behalten und nicht permanent in die gleiche Richtung zu laufen oder im Kreis oder irgendwo gegen. Aber es geht schon viel besser als am Anfang insofern. Okay. Konzentration. X ist springen. Gut. Diesmal. Hoffentlich. Springe ich nicht daneben. Ich könnte ja nochmal meine Gesundheit voll wiederherstellen. Man weiß ja nie. Okay. Okay, okay, okay. Und hopp. Oh. Alles klar. Ja. Es ist ein leichtes. Soll ich da rüber springen? Super, ich sehe eigentlich nichts. Ich spring mal. Hopp. Ja, geht. Es ist wirklich nichts, wenn man so ein bisschen Höhenangst hat, ne? Ich spring jetzt hier wieder hin. Achtung. Hopp. Ja, hat geklappt. Okay. Und... Oh Gott, wie hoch geht denn das? Hopp. Wie, jetzt habe ich hier oben ein Quest aktiviert, oder wie? Okay. Ich nehme das mal so hin. Hopp. Und hopp. Sehr gut. Überbrücken. Das ist eigentlich echt total schön hier oben, ne? Guck mal. Boah. Toll. Hey, kann ich hier oben auch scannen? Ja. Ach, wir reisen eine Runde mit, oder? Das ist doch total toll. Guck euch das an. Ob der mich irgendwann abschüttelt? Haha, da. Wer hat das nachsehen? Tschüss. Tschüss. Ich gehe hier mal so ein bisschen rum, ganz langsam. Ist ja blöd, wenn ich jetzt runterfallen würde. Aber jetzt sieht man wenigstens mal, wo wir sind. Ist das toll. Der läuft hier immer im Kreis. Okay. Und ich reise einfach mit. Oh, ist das toll. Kann ich von hier oben schießen? Ja. Juhu. Du kriegst mich nicht. Okay. Monster ärgern ist vielleicht nicht so sinnvoll. Es ist unglaublich schön. Toll. Okay. Zeit, das Viech zu überbrücken. Mit diesem. Genau. Ja, aber die Aussicht hat sich doch schon mal gelohnt, würde ich sagen. Was passiert jetzt? Okay, der Langhals zeigt mir eine Karte. Das ging schnell. Ich habe eigentlich nichts gesehen. Jetzt seilen wir uns mal ab. Und landen hoffentlich nicht ausgerechnet vor dem sauer gemachten Wächter. Gut. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Wir können uns wieder was aussuchen. Ich gehe erstmal hier in Sicherheit. So. Und wir haben Stufe 9 erreicht. Das ist doch mal was. Dann können wir uns bestimmt... Genau. Wieder einen Fertigkeitspunkt. Dann gucken wir jetzt mal. Wir haben drei Fertigkeitspunkte. Das ist super. Was möchten wir denn? Schlag von oben. Zielballons. Unauffällig. Unauffällig ist gut, ne? Schwerlastträger. Das hätte ich gut gebrauchen können. Als ich dieses Maschinengewehr bei der Abhobung aufgehoben habe. Aber Präzision ist erstmal sinnvoller. Und jetzt können wir uns wieder nichts leisten. Aber ich will als nächstes... Kampfüberbrückung? Und das kann ich um... Das kann ich verlängern. Und sogar für immer haben. Kräuterkenner. fallenden Schärfen. Ah, Mist. Das wollte ich haben. Okay, das ist also das nächste. Ich hoffe, ich erinnere mich daran. Dann kann ich nämlich meine Sprengfalle wieder mitnehmen. Oh, und wir können hier mal die Waffen ausstatten. Ähm. Mit irgendwas. 5 Prozent. Nö, wir nehmen das hier, ne? Was auch immer mir das bringt bei der Schock. Schockfalle, leerer Platz. 8 Prozent Schaden. Ja, wir nehmen, was wir haben. Auswahl ist jetzt nicht gigantisch. Wir haben 5 Prozent. Okay. Und was sagt der Quest? Die Hauptquest ist die Spur der Kriegerin. Neben Quest ist dieses, was wir eh noch nicht machen können. Und ein Banditenlager habe ich hier auch noch. Das machen wir danach. Okay, jetzt gehen wir erstmal die Spur der Kriegerin weiter. Jawohl. Auf geht's. Also, ähm, ich bin noch nicht so richtig sicher mit der Reihenfolge der Quests und so. Was macht man zuerst und was ist nicht so wichtig. Ich hab mir jetzt einfach, ich suche mir jetzt immer einfach das raus, was ich irgendwie gut finde und was auch nicht so weit weg ist. Also wenn, da oben stehen ja immer die Schritte und dann gehe ich einfach immer da hin, was erstmal am nächsten ist. Beziehungsweise wofür meine Stufe, meine Fertigkeitsstufe ausreicht. Und zwischendurch sagen wir mal die Waffen wieder aufstocken und jede Menge Kram pflücken. Ach, noch was. Eben haben wir doch den Langhals. Ja, könnt ihr euch erinnern? Die Karte war viel kleiner. Das war hier nur so, das war hier freigeschaltet und jetzt haben wir den Langhals überbrückt und auf einmal ist hier alles sichtbar. Und hier zum Beispiel sieht man noch die Langhälse, die werden wir wahrscheinlich alle dann noch überbrücken müssen, um das Land zu erschließen. Wahnsinn. Das ist so eine Höhle. Das ist so eine Brotstätte. Oh Gott. Ich erinnere mich dunkel. Naja, kommt Zeit, kommt Rat. Okay. Äh, dunkel ist übrigens das richtige Stichwort für diese Brotstätten. Das ist, äh, übel. Könnt ihr euch drauf freuen. Oder auch nicht. Ähm, hier geht's doch bestimmt irgendwo hoch, oder? Oder nicht? Naja, also hier irgendwie nicht. Ähm, okay. Machen wir hier weiter. Geht's hier irgendwo hoch? Hoch? Ist da irgendwas? Nö. Sieht nicht so aus. Aber da geht's doch hoch, oder? Spinne ich. Da ist doch so ein Kletterstein. Hopp. Ja. Ganz genau. Mir entgeht nichts. Ähm, Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Aha. Untersuche das Gebiet. Das mach ich. Okay. Spuren. Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Gehen wir mal hin. Da. Alles. Da geht's.